Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir dabei mit Leni und Ella und unserer Cousine Stella. Sie macht heute auch mit... Hallo Stella! Hallo! Und zwar, wir fangen jetzt gleich an mit unserer Crush... keine Ahnung, wie nennt man das, Leni? Ah, jetzt kann ich laufen. Evil Crush Baby. Evil Crush... Evil Crush Baby. Let's go in ihr Haus! Oh no! Oh no! Please wait for me! Nee! Ich bin die einzige mit Blumen, wirst du schon bald? Ich bin auch die einzige mit Blumen! Nee, ich bin die Einzige mit Blumen. Wir alle sind. Du kannst uns mit Blumen nicht sehen, okay? Oh mein Gott, ist das ein Kippchenraum. Ähm, wo ein Arm? Wir sind jetzt in unserem Arm! Ich hab grad... Ah, Alter! Ich hab grad wieder ins Jumpscare bekommen. Ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab grad wieder ins Jumpscare bekommen. Das heißt, dass man sich erschreckt. Komm, renn! Oh mein Gott, aber was ist mit meiner Blume? Ich hab aber für sie extra Blumen gekauft. Ich war jetzt die Blumen, habe ich. Jeder von uns hat die Blumen. Nein. Nein, ich nicht. Aus, Alter! Da ist noch ein Schnüssel! Wir brauchen alle Schlüssel. Oh! Wo? Ah, da. Okay, let's go. Wir müssen Schlüssel sammeln. Oh mein Gott, ich hab einen Schlüssel! Oh nein! Ich hab noch runtergefallen. Egal, ist denn Hobby. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Jetzt muss ich nochmal diese Schnüssel sammeln. Den Schnüssel, ey. Die Schnüssel, Püsse, Püsse. Bro, da ist noch eine. Oh mein Gott, zwei! Stella, warte auf uns! Ey, da ist noch ein Schnüssel. Jetzt habe ich zwei Schlüssel. Ich hab jetzt drei Schnüssel. Oh, ich bin schon wieder geuft. Oh. Warum nur immer tausendmal ufen, ufen, ufen? Und du bacon. Drei Schlüsselbrücken, ich. Ich brauch noch einen Schlüssel. Hey, Leni, wie du einfach da ranläufst. Warte auf, noch ganz gechillt dranlaufen, Leni. Wie viele Schlüssel haben wir? Wo bist du, Stella? Ich hab zwei. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe... Ah, nee, du meinst Stella. Stella, wo bist du eigentlich? Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab drei. Ich hab drei. Ich hab drei. Ich habe drei. Ich hab jetzt auch drei. Ich kann irgendwie im Game nicht so gut laufen. Ist sehr gut. Okay, jetzt runtergehen. Ciao. Ja, ich bin auch da. Oh, schau. Ella hat sofort gerufen. Ich auch sofort. Typisch. 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 Obwohl ich dachte... Leni, wo bist du denn? Ja, bei den Rohren. Obwohl ich dachte, unsere Cousine Stella mag eigentlich gar nicht so sehr ihre Stimme zu zeigen. Aber egal. Ja. Ja. Enola. Enola. Warte mal auf uns. Ja. Das kannst du gleich Leni sagen. Oh mein Gott, der Aufzug hat eine gruselige Schrift. Ja. Warte mal auf uns. Ey, ich kann den Aufzug benutzen. Ich kann nicht länger warten, bevor der Strom schon wieder ausfällt. 2.000 Jahre später. Okay. Let's go. Gehen wir rein. Ey, geht rein, Leute. Oh mein Gott. Kontrollpunkt. Das ist irgendwie so kruselig. Oh. Oh, ich hab Angst. Oh. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Bei. Hey, was soll hier denn? Wir müssen dann noch ein bisschen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil ich weiß, da kommt diese... Ah! Oh. Wir müssen weglaufen, Leute. Dieser zahnt sich nicht mal so schlecht an. Wir will nicht mehr. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich helf dir, okay? Ich hab Angst, Stella. Dann helf ich auch. Bro. Nee, nee, keine Angst. Ihr musstet nur den Glück. Gleichen Weg, wie ich gehen. Der Pony sieht ganz schön... komisch aus. Ja. Aber welchen Weg bist du gegangen? Ich seh die... Ich seh sie... Ich seh meinen Crush. Der da draußen ist. So, welchen Weg bist du gegangen? Geschafft. Ähm. So. Eigentlich. So. Hat ja zehn Jahre nicht gedauert, ne? Wir warten hier in auf dich. Ne, genau. Also, ich warte auf dich. Schneller. Einfach weiterlaufen. Ja, 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 sehr. Gut. 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 Okay. Also, hier müssen wir aufpassen. Oh! Sowas komisches. Ey. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bäh. Leni. Leni wartet nicht. Ich hab doch euch gesagt. Komm. Ich hab doch euch gesagt, dass Leni nicht wartet. Deswegen sollten Tüttchen hier besser sein. Jetzt darf ich mal aus, dass wir hochfahren. Ja, ich fahre auch hoch. Ja, wir alle fahren hoch. Und Leni hat uns... Ja, die hat nicht auf uns... Nein! Nein, ich fahre jetzt wieder runter. Hilfe! Wie? Ich auch. Ja, ich bin zu lange drauf gewesen, deswegen. Ey, wenn jetzt da die creepy Crush kommt, ne? Kommt sie da, Leni? Leni? Ich muss ganz hier stehen, wo der ausgerüst. Leni, warte noch um, please. Leni, nicht warten. Leni, warte! Please. Leni? Leni! Die ist doch schon reingegangen. Und du auch. Was passiert da? Baby, sag. Hä? Hä? Du hast es geschafft. Du musst nur noch springen. Ich geh auch rein. Mal gucken. Was ist da? Müssen wir durch den Tunnel springen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Anscheinend schon. Jeder sieht hässlich aus. Das ist eine Schüssel. Einfach reinspringen. Oh nee, jetzt kommt ein Riesen-Crush, ne? Echt? Ja. Müssen wir die jetzt besiegen? Ich glaube schon. Oh no. Crush, ich dachte, du wärst anders. Aber du bist genauso wie die anderen. Ey, die beobachtet mich. Wenn ich, wenn ich rechts gehe... Sag einfach los. Hopf jetzt. Wo ist sie? Huiiii. Wo ist sie? Bist du da? Wir müssen da hinten laufen. Lauf einfach vor. Lauf einfach. Ich hab's geschafft. Na, 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 na. Also hier ist keine Creepy Crush mehr. Äh, so gibt's ja keine Angst. Ja, das ist ja gut. Geil. Jetzt brauchen wir nur, nur so weiter. Er mal geduscht? Ja, ich auch noch. Ja. Oh mein Gott, Nummer 1 habe ich. Nummer 2. Oh no, ich bin runtergefallen. Nummer 2. Bei was? Nummer 3. Nummer 2. Bekling. Ich darf mir diese Dinger nicht besiegen. Wir müssen immer auf diesen Dreiecken bleiben. Bei diesen Dreiecken. Dort ist Sicherheit bei den Dreiecken. Bei welchen Dreiecken? Bei den Leuchtigen. Oh nee, das war ein... Warte, Ella. Ähm, wollte nicht mehr mit uns spielen. Keine Ahnung warum. Irgendwas war jetzt los. Wahrscheinlich schlechte Internetverbindungen. Ja, oder sowas in der Art. Oh, sie hat auch das Game verlassen. Ich glaube, die war wütend auf uns. Ella. Ja, was ist los? Wisch. Was müssen wir da machen? Ah! Sexy. Enola, warte mal auf uns. Nö. Jetzt noch nicht. Alles gut, schmach. Vielleicht ist die... Enola, was müssen wir da bei den Kisten machen? Wir müssen drauf springen. Ähm. Okay. Ich halte eiskalt. Ich komme da nicht drauf. Ich komme da nicht drauf. Ich komme da nicht drauf. Ich habe eine Kralle. Wirklich eiskalt. Eine Kralle. Soll ich schon losgehen? Ja, geht es schon los. Enola hat auch nicht auf uns gewartet. Ja, und? Leni hat auch auf euch nicht gewartet. Aber warte mal kurz, Enola. Zombie. Ja, das ist ihr Ex. Oh nein. Ex vom Abschlussball. Oh mein Gott. Hinter mir los. Hinter mir laufen schon. Blau. Genau hinter mir. Hinter mir laufen schon. Laufen schon. So viele Ex-boyfriends. Ich kann die nicht vernichten. So viele, so viele. Oh mein Gott. Ey, das sind alle ihre... Okay. Oh, ich habe immer noch das Messer. Hey. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Warte. Fertig. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Komm mal. Ey, mein Messer ist weg. Bereit machen. Oh nein, jetzt kommt das mit... Jetzt kommt das mit... Jetzt kommt das Ende. Endlich! Gar kein Bock mehr. Ach so, ich weiß, was wir machen müssen. Nein. Weil Stopp, weil Stopp müssen stehen bleiben. Let go. Weiter. Ich dachte... Nein. Das ist Greenlight, Redlight. Warte. stopp heißt stopp oder ja und wenn go steht dann hey hilf mir mal ich komme ich bin ja gerade warte ich muss gucken was passiert jetzt ich hab's geschafft die die sieht hässlich ende das war doch nicht das ende das ende ist sie zu bekämpfen da stehst du dieses loch ist wirklich tief wir müssen darunter ich auch nicht das auch ich bin ganz sicher das ist du kommst hier drunter oh nee dann kommt so eine uhr dass ein piano es hört sich gut an ok weiter geht's was müssen wir machen runterspringen doch nicht ganz bis zur brücke ich glaube schon nee ganz 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 klipp ganz klipp ah ich bin erlaubt hilf mir mal wir sollen mal kurz spielen hilf klare kinder ei ei Captain geht das nicht lauter ei ei Captain ooooooo wer wohnt denn nacheinander ist ganz tief im Meer ja nicht wenn ihr diesen einen coolen raum betreten wo der eine piano spielt klavier ja ich brauche einen anderen schüssel die die sein gesicht dicker das ist ein bisschen aus wie ein mädchen ey das ist ein zombie nee das ist kein zombie ich hab drei ich hab drei zur tür nee dankeschön jetzt gib mir her nein siehst du nicht ok jetzt können wir weitermachen sie war eh wie so hässlich ich meine diese hässlich oh mein gott da bin ich halt so schlecht drin ich bin da voll gut drin und ich bin da voll gut drin weil ich hab speedrun gespielt ich auch ist so wieso soll die dann unser crush sein warum ist sie unser crush sie heißt so mama also wo soll ich lang also dann musst du so lang da nein oh mein gott wir bin an der tür ja dann sofort so oh mein gott wir bin an der tür tschüss Leute das war es mit diesem video ich hoffe euch hat es gefallen lasst ein like und ein abo da und schreibt mal in die kommentare wie ihr euch Stella gefallen habt und ja wir konnten das spiel leider nicht zu ende spielen weil das video sonst zu lange dauern würde aber irgendwann wenn wir 50 abonnenten haben machen wir eine roblox gruppe mit 200 roblox drinnen oder mehr und ihr bekommt alle welche also liked und abonniert und das wars tschau wir haben euch lieb bye Bis zum nächsten Mal.